Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir stehen hier im Wachposten des Ordens, wo wir in der letzten Folge so ein bisschen Blutbad angerichtet haben, weil die meinten, wir hätten hier drin nichts verloren. Kann ich gar nicht verstehen. Nö, verstehe ich auch nicht. Wir wollten quasi eigentlich nur auf die andere Seite kommen. Und ich bin froh, dass sie jetzt lädt, weil eben ist sie hier einmal abgestürzt. Und ich bin immer so ein bisschen ängstlich und befürchte, dass das ganze Spiel gefickt wäre. Es lief jetzt quasi hundert... Zehnprozentig. Ja, hier überlege ich dann, welcher Part ist das? 122? Ja. Quasi 121 Parts lang, ohne Probleme. Es ist eine bessere Quote als also manches neues Spiel. Liegt vielleicht daran, dass es gepatcht war. Ja. Weil am Anfang war es ja auch ziemlich verbuggt, hat man so gehört, richtig? Ja. Und erbacken, Spiel des Ordens. Was geht mit seinem Schwert? Gott, der schneidet da ein Bein rum. Wie kann ich helfen? Ich weiß nicht, ich werde gar kein anderes Schwert kaufen. Nö. Oh, der verkauft Fistech. Brino. Vielleicht so ein Alkohol für Trinken? Ich weiß nicht, ob wir da noch haben. Ja, wir haben doch genug. Fünf sehe ich da jetzt schon. Ja gut, so viele Trinken brauchen wir, wie wir uns will. Wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, noch sieben... Pepper-Ropf-Kaar. Gut, dann kaufen wir bei ihnen nichts. Ach, das sind wir jetzt nicht. Da ist nie was drin. Was gut ist. So, und unsere Karte. Turm des Menzgosses. Ich glaube, da wollten wir erstmal hingehen. Alter Brunnen. Weil ich weiß nicht, was da ist bei dem Turm. Da wohnt der Metzgoss. Mach bitte nochmal die Karte auf. Da ist das Loch der Mauer kommen wir in den Sumpf. Ja. Deswegen, das liegt ja auf dem Weg. Warum haben wir nicht in der letzten Folge immer auf die Karte geguckt? Äh, da war die verpackt. Da hat man nur diese Überkarte gesehen. Die Welt. Ach so. Aber ich glaube, es war nicht verpackt, sondern wir hätten einfach auf Ort klicken sollen. Wenn ich es jetzt richtig deute. Wie dumm. Dann haben wir ja voll viel Zeit verschwendet. Ach so. Nehmen wir an, wir müssen durch dieses Wachhaus durchgehen. Der ist halt jetzt zwei Plünen. Der ist halt jetzt zwei Plünen. Der ist halt jetzt zwei Plünen. Da sind wir ja auch. Wir müssen durch den Haus durchgehen. Ja. Aber. Eine Stunde weit. Verstanden? Seid ihr hier um zu sterben? Wie kann man ja? Hm. Das bringt uns ja nicht. Da waren ja auch gar keine zwei Türen. Ich bin ziemlich sicher, dass da zwei Türen waren. Kann man das jetzt überprüfen? Erstmal müssen die alle sterben. Ja. Ich überleg mir, ob wir grad laden oder sie töten. Ach. Töte sie einfach. So schön. Die Fallen ist nicht geladen. Was? Was ist die denn? Die Heimat ist doch gegenwärtig. Ich finde, die Leute genau magie wirken. Na, die heile Zauber lernen wir nicht. Nein. Wir können ja nicht ganz schwache Machieren machen. Die Knie und die Art ist aber schon ziemlich wichtig. Ach. Das kann jedes Kind verwenden. Wahre Magier können Feuer vom Himmel regnen lassen und Eis. So, wo ist denn die zweite Tür, die du gesehen haben willst? Hier. Der Kleiderschrank. Ich weiß nicht. Die Schränke sehen immer aus wie Türen. Ja, aber irgendwie müssen wir da rüber kommen. Ja, oder? Wir müssen vorher zu unseren Freunden. Tja, ich glaube wir gehen mal ins Krankenhaus und reden mit dem. Mit Scharni. Mit den Leuten. Was ist mit der Striege passiert? Falscher Alarm. Ein Mutant hat die Soldaten angegriffen. Braucht ihr Hilfe? Nicht mehr als jeder andere. Lasst mich entscheiden. Scharni. Ihr scheint wohl auf zu sein. Habt ihr keine Angst, dass die Ritter des Ordens oder die Elfen auftauchen könnten? Beide denken doch, ihr versorgt den Feind. Für mich sind das keine Feinde, nur Verwundete. In diesem Krankenhaus unterscheiden wir nicht zwischen Völkern und politischen Standpunkten. Das habe ich in Brenner gelernt. Rothschopf hat dort Nilfgader und auch unsere Leute behandelt. Einen Patienten hat er sogar mit seinem Körper geschützt, als Elfen kamen. Hoffentlich habe ich auch den Mut, meine Patienten zu beschützen. Ich bin sicher, das werdet ihr. Allerdings wäre es mir lieber, ihr würdet fliehen. Schön zu hören. Warum erzählt ihr mir das alles? Was war das für ein Geräusch? Ich schlüpze euch auf. Ihr behandelt Menschen, wie ich sehe. Wir verwunden sie, damit sie sterben. Und ihr behandelt sie wie unlogisch und in höchstem Maße gegen unsere Interessen. Raus aus meinem Krankenhaus. Auf den Straßen könnt ihr euch nach Herzenslust gegenseitig umbringen. Aber lasst euch hier nicht mehr blicken. Shani, Vorsicht. Tötet die Deune. Wenn Shani jetzt stirbt, weil du sie nicht magst, dann ist das unverzeihlich. Ich nehme den. Ich nehme sie in unsere boundaries. Ich nehme sie zu schlägen. Ich nehme sie hin. Ich nehme sie hinzu. Ich finde es ja nach wie vor interessant, dass die Zwerge und die Elfen, also die ganzen Unterlinge quasi zusammenhalten und die dich auch nochmal zwischen unter sich quasi so im Kind schliegen. Ja, die haben halt einen größeren Feind. Immer gegen die Menschen. Wir sollten euch nicht mehr behelligen. Auf bald. Lebt wohl. Was geht hier vor? Ihr kommt zu spät. Die Angreifer sind bereits tot. Geht jetzt bitte. Ihr macht den Verwundeten Angst. Alle Anderlinge festnehmen und verhören. Wer gab euch diesen Befehl? Unsere Kommandeurin, die Weiße Raila. Ergreift sie. Seid ihr verblödet, Soldat? Ihr geht entweder zu Fuß hier weg oder liegt tot auf dem Rücken. Sterbt, Ungeheuer. Sterbt, Gauder. Wie viele Leute, wie viele Leute, die einfach toten. Oder nur, weil sie die Verwundeten töten wollen. Ich komme trotzdem nicht drauf. Klar, wie viel Schuld wir auf uns geladen haben. Schuld auf uns geladen. Wir schützen die Kranken und schwachen. Ritterlicher als Wieselritter hier. Für den er Schaffstieg gehört. Besonderweise sehe ich überhaupt keine anderen Dinge unter den Patienten. Ja, ich hoffe, hier lagen von Zwerge. Da gibt es das Schaffstelle noch. Wo? Da. Da ist ein Zwerg. Ja. Oder ein Kind mit langen Bart. Aber es ist ein Zwerg. Da ist tatsächlich. Das Schaffstelle hat uns gerade mit uns gefeilt. Boah. Dann passt uns doch nicht so sehr. Wir werden alle sterben. Ich brauche etwas zu trinken. Unglaublich, dass die uns umbringen wollten. Braucht ihr noch mehr Hilfe? Ich muss zum Friedhof im Sumpf. Ohne die Medizin der Druiden erlebt die Hälfte dieser armen Teufel den morgigen Tag nicht. Perfekt. Da muss ich auch hin. Wir schleichen uns durch. Gehen wir. Hinten raus. Meiden wir den Kampf. So kommen wir auch in den Sumpf. Ah. Der Sumpf. Wir waren lange nicht im Sumpf. Schlechte Nachrichten. Ich habe einen Blick in die Gasse geworfen. Das ist der einzige Weg. Und da wimmelt es von Nekrophagen. Kein Problem. Ja, okay. Das war doch so ein Wunschbett jetzt. So, den Heiler wollten wir ja eh schon mal töten. Ach, ich habe gerade Heiler gelesen. Und frag mich, warum er sich mit diesen komischen Aalghulen verbündet. Hat sich ja nicht verbündet. Wir haben ihn angegriffen. So viele habe ich nicht mal nach der Schlacht von Brenner gesehen. Die ernähren sich schon seit Monaten von Pestopfern. Das Feuer muss sie hierher gelockt haben. In dieser Richtung sind noch mehr. Ungewöhnlich, dass etwas von Feuer angelockt wird. Ja, wenn du so ein Monster bist, was ich von Leichen und Toe, quasi die Tote, dann wirst du von Krieg und Feuer angelockt. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Ja, wenn du noch Brandleiche im Zweifel nicht zufriedig bist. Ja, warum hast du jetzt noch was Leckeres? Ja. Was zubereitet ist. Ja. Boah, der hat sich angehört mit Pferd. Wir müssen wohl einen anderen Weg finden. Wenn ich die Wahl habe, kämpfe ich lieber gegen Ungeheuer, als mich in fremder Leute Schlachten verwickeln zu lassen. Dann ist das wohl der einzige Weg. Gehen wir. Das ist noch was. Das ist noch schön. Das ist noch schön Ickenwein. Ja. Das ist noch schön. Ich kann die Lücke in der Mauer sehen. Puh. Garkin. Die sind neu. Na, die sehen dann noch eine Ecke. Man sieht größer aus. Die haben wir im Grunde noch menschliche Züge. Okay, diese. Weiß ich nicht. Das Hörn außen haben. Also Flügelhaut. Nein, nein. Das sind wahrscheinlich so Vampire. Das ist gut. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Sehr gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.